Hallo und herzlich willkommen zum Review des Kamerastatives Giotto's YTL 8384. Das ist ein Carbon-Stativ für Kameras bzw. Videokameras, je nachdem welchen Kopf ihr da drauf schraubt. Das Stativ wiegt ca. 1,65 kg. Ich habe es vorhin mal auf die Waage gestellt. Das ist also schon ein sehr guter Wert. Und das Stativ hat ein Packmaß von 56 cm, wenn es zusammengeschoben ist, so wie ihr es jetzt seht. Dann wird es nur die Beine angewinkelt. Das ist auch wirklich sehr, sehr stark. Das Ganze gibt es noch als 3-Segment-Stativ. Ihr seht hier YTL 8384. Das 3-Segment-Stativ hätte dann eine 83 am Ende statt eine 84. Das Packmaß ist aber dann um 12 cm länger und das kann schon mal eine große Rolle spielen, wenn man damit öfter durch die Gegend fährt. Also habe ich mich für dieses 4-Segment-Stativ entschieden, auch wenn es vielleicht etwas instabiler ist. Zum Gewicht muss man noch sagen, das Stativ ist angegeben mit einer Tragkraft von 8 kg. Das sollte also die meisten DSLR-Systeme mit Objektiv aushalten. Die Besonderheit bei dem YTL-Stativ von Giotto ist eigentlich diese Mittelsäule. Die ist also nicht rund, sondern hat nach innen so Einkerbungen, sodass ihr, wenn ihr die Beine anklappt, also das zum Transport mitnehmen wollt irgendwo hin, dass die sehr nah anliegen. Und so misst das Stativ an der breitesten Stelle ca. 7,7 cm. Zum Vergleich, mein Manfrotto X-Pro 190 ist ca. 2 cm breiter an der dicksten Stelle. Auch das macht also was aus. Hier seht ihr das nochmal ein bisschen besser. Ich habe es mal ein bisschen reingezoomt in dem Video. Da könnt ihr also erkennen, dass es also absolut nicht rund ist, die Mittelsäule. Aber das tut der Stabilität wirklich keinen Abbruch. Zumindest habe ich das noch nicht feststellen können. Schauen wir uns das Stativ nochmal ganz ausgefahren an. Ich habe die Beine jetzt mal ein bisschen näher angeklappt, sodass man das draufkriegt vernünftig. Ihr seht also hier oben die drei Schaumstoffgriffe. Und ihr seht auch, dass das Ganze mit Klemmverschlüssen zugemacht wird. Zum einen Erstaunen musste ich leider feststellen, dass diese Verschlüsse absolut nicht fest angezogen waren. Fast bei allen Verschlüssen war also Spiel, beziehungsweise mit leichtem Druck konnte man die eben rausziehen oder eben reindrücken. Das habe ich aber mit dem mitgelieferten Werkzeug alles nochmal angezogen. Das sitzt jetzt bombenfest. Und ihr seht auch hier an dem untersten Segment, da haben wir eine Skala. Das ist ganz nett, wenn man mal auf unebenem Gelände das Stativ aufbaut, dass man eben ein bisschen gucken kann, dass es trotzdem gerade steht, wenn man nicht gerade die Wasserwaage zur Hand hat. Ja, nun habe ich mal hier einen Zollstock angelegt. Das Stativ ist also mit der eingefahrenen Mittelsäule 150 cm circa hoch und mit einer ausgefahrenen Mittelsäule, das sehen wir hier. Das ist natürlich, ich sage mal, nicht ganz so stabil, als wenn diese Mittelsäule eingefahren ist. Aber da kommt man doch schon wirklich in Höhen, die selbst für mich als fast 2 Meter große Person doch absolut ausreichend sind. Und ihr seht also hier ein 82 ohne Kopf, wenn ihr also nochmal einen Kugelkopf draufschraubt mit circa 13-14 cm Höhe, wenn es ein großer ist, dann kann ich da nicht mehr durch den Sucher schauen oben und muss schon entweder auf einen kleinen Tritt gehen oder eben den Kopf wieder ein bisschen einfahren. Dann schauen wir uns den Kopf mal ein bisschen genauer an. Ihr seht also hier drei Stellräder. Das linke Rad, das löst die Mittelsäule, sodass ihr die hoch- und runterdrehen könnt. Und das rechte große Rad, das löst diese Arretierung, dass ihr den Winkel dieser Säule verstellen könnt, wenn sie denn ganz rausgefahren ist. Und das kleine Rädchen, was ihr seht, was ein bisschen leichten Grip hat unten, das löst diese Drehbarkeit, diesen Drehmechanismus. Das geht aber auch nur, wenn diese Mittelsäule komplett ausgefahren ist, um eben in allen möglichen Positionen dieses Stativ zu bewegen, wenn die Kamera vorne dran ist. Also zum Beispiel auch in diese sogenannte Repro-Stellung. Die schauen wir uns jetzt mal an. Als allererstes, hier seht ihr das, also diese Mittelsäule wird komplett ausgefahren. Dann kann man diese andere große Schraube lösen und diese Säule hinkippen, wo man möchte. Die hat also keine Rasterung, sondern die ist wirklich frei klappbar, sage ich jetzt einfach mal. Und auch der Winkel ist frei bestimmbar von 360 Grad. Ihr seht einfach jetzt hier mal eine schräge Position nach oben. Auch das ist also kein Problem. Und ich habe es auch mal ausprobiert. Also meine große Profi-DS, da hängt da also mit einem schweren Stativ locker dran. Das geht also ohne Probleme. Man muss natürlich ein bisschen auf den Stand des Statives an sich achten. Aber eigentlich ist der Winkel der Beine absolut ausreichend, auch in erster Stellung bereits, dass ihr da keine Probleme mit haben solltet. Schauen wir uns den Kopf nochmal ganz kurz an. Ich habe da mehrere Informationen darüber gefunden. Das war für mich sehr wichtig. Mir konnte auch keiner weiterhelfen bei verschiedenen Lieferanten. Aber ich kann euch sagen, dieser Kopf hat einen 60 mm Durchmesser. Ihr seht also, da passen diese normalen Manfrotto-Köpfe zum Beispiel drauf. Ich habe ganz am Ende auch nochmal ein kurzes Bild damit, wie ich einen Manfrotto-Kopf dort befestigt habe. Das passt also nahtlos. Da ist weder der Kopf zu groß, noch der Teller irgendwie zu groß, sodass das irgendwie unschön aussieht. Das hält also super. Und ihr seht hier auch noch diese drei Schrauben zur Fixierung. Wenn ihr da den Kugelkopf ein bisschen fester fixieren wollt, dann könnt ihr die natürlich anziehen. Und ja, die Beine, was zu den Beinen zu sagen, die haben also drei Stellungen. Eben dieses ganz normale, dann etwas weiter auseinander, so wie ihr hier seht. Und ganz weit auseinander, das habe ich mir jetzt mal gespart. Und hier habe ich nochmal ein Bild mit dem Kopf, wie gesagt, drauf. Das ist natürlich nicht gerade der passende Kopf dafür, weil der doch erstmal relativ schwer ist. Und dann lohnt sich das Carbon-Stativ eigentlich nicht. Und ich habe ihn trotzdem einfach mal genommen. Ihr seht also, da wo der rote Rand ist an dem Teller, das ist also ein und derselbe Durchmesser. Was für mich sehr erfreulich ist, dass ich halt Köpfe mit 60 mm Durchmesser verwenden kann. Ja, was zum Stativ noch zu sagen. Preislich liegt das im Rahmen von einem Manfrotto-3-Segment-Teil oder anderen 4-Segment-Stativen aus Carbon. Das liegt in der 350 Euro-Klasse circa. Und ja, ich denke, wenn ihr euch für ein Stativ interessiert, was etwas hochwertiger ist, natürlich, wenn ihr das Geld investieren wollt, dann seid ihr damit absolut gut bedient. Aber ihr solltet auch noch für den Kopf dementsprechend Geld rechnen, um da nicht einen 1-Kilo-Kopf oder mehr draufzuschrauben. Denn dann würde diesen ganzen Effekt des leichten Statives einfach zerstören. Wenn ihr Fragen zu dem Stativ habt, schreibt mir einfach einen Kommentar. Ich versuche, diesen dann so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten bis bald.